Hallo Leute, ja, ähm, herzlich willkommen zu dieser kleinen Extra-Folge, ne. Wir haben mittlerweile den 15. April und, äh, in diesem Video wollte ich mal ganz kurz sagen, wieso das jetzt hier alles so lange gedauert hat. Ähm, ganz kurz. Und zwar, ähm, habe ich ja in diesem Let's Play eine gewisse Thematik, äh, angesprochen. Ähm, in dieser Thematik, äh, sprach ich ja unter anderem davon, dass da eine gewisse Person auf einmal völlig Allah-u-Akbar gegangen ist, völlig grundlos und ich damit natürlich total überfordert war und ich es nicht verstanden habe, dass sie mit ihren besten Freunden nichts geteilt hat. Nun, ähm, nach diesem Let's Play sind eine Menge, Menge Sachen passiert und, ähm, Ähm, ich habe quasi ein dreieinhalb Stunden Video drüber gemacht. Ja, das ist jetzt keine Übertreibung. Ich kann euch jetzt hier mal einen Screenshot zeigen. Ich habe echt ein dreieinhalb Stunden Video gemacht, in dem ich alle Taten detailliert erklärt habe, auch erklärt habe, was ich quasi da falsch gemacht habe, denn ich bin da sehr, ähm, sehr kritisch und ich möchte auch nicht, dass der Eindruck erweckt wird, dass ich alles richtig gemacht habe, bla bla bla. Und, äh, im Endeffekt schadet mir dieses Video wahrscheinlich nur, weshalb ich jetzt versuche, eine kurze Version zu machen. Ja, also, ähm, ich habe echt jetzt eine Weile, äh, drum gerungen, ob ich das veröffentlichen soll, das dreieinhalb Stunden Video und bin letzten Endes zu dem Ergebnis gekommen, dass, ähm, ich das gerne tun würde, einfach weil ich finde, dass ich es mir schuldig bin, nachdem ich quasi über zwei Jahre verarscht wurde und besonders jetzt in den letzten acht Monaten und, äh, dass es mir im Endeffekt egal ist, was ihr davon haltet, dass es wirklich nur darum geht, äh, damit abzuschließen, so wie ich das auch schon in der Vergangenheit natürlich gemacht habe. Ich habe ja hier oft über schwule Ereignisse geredet und so weiter und, ähm, die Tatsache, dass so ein Video halt online ist, äh, sorgt halt dafür, dass, dass ich damit abschließen kann. Ähm, nur im Endeffekt ist es wahrscheinlich so, dass es mir eher schaden würde, denn ich meine, was glaubt man wohl passiert, wenn man dreieinhalb Stunden über eine Person redet, ja? Also, das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie unter die Gürtellinie gegangen bin oder so, ich habe das eben halt einfach bis ins Detail erklärt, weil ich der Meinung bin, dass man, wenn, wenn es Problematiken gibt, sollte man halt alles erwähnen und halt bis ins Detail. Aber gut, das hat ja in meiner Vergangenheit auch nicht so wirklich geklappt, so, äh, das, also, ich, ich, im Endeffekt tue ich es halt nicht und deswegen kommt hier eine Kurzfassung. Ähm, alles, was ich Positives über ihre Freunde gesagt habe, ist nichtig und, ähm, dieser ganze Amerika-Quatsch war auch gelogen, ja? Also, sprich, äh, ihr habt da quasi in diesem Let's Play einen guten Eindruck von dem gehabt, was ich quasi seit Monaten über mich ergehen lassen muss. Es kommt eine Situation, die überhaupt gar keinen Sinn ergibt, ich bin damit überfordert und im Endeffekt stellt sich heraus, dass das alles gelogen war. Die, äh, Freunde, ihre Freunde, die ich da ja positiv, über die ich, äh, positiv gesprochen habe, habe ich ja so minimal als Verbindungszweig gesehen und habe irgendwie gehofft, dass die für mich Verständnis haben und dass ich mit denen über die Situation reden kann, was dann im Endeffekt natürlich nicht so war. Die sind mir in den Rücken gefallen und haben mit ihr zusammen, also, sie hat mit ihren 5, 6, 7, 8 Freunden, ähm, von Mitte Februar bis Ende März ein Online-Mobbing gegen mich veranstaltet, ja? Sie haben, äh, meine Videos missbraucht, also, sie haben ein Video von mir genommen, haben das überarbeitet und sich quasi drüber lustig gemacht, sie haben mich in den Kommentaren beleidigt und gemobbt, sie sind in meine Livestreams gekommen, haben meine Zuschauer angeschrieben und mich belästigt, also, sie haben meinen Zuschauern erzählt, was für ein böser Mensch ich bin, also, sie haben da Scheiße über mich im Internet erzählt, ähm, und es war auch teilweise so, dass sie mit Fake-Accounts online gekommen sind, sprich, was weiß ich, drei Leute kamen mit ihren echten Accounts online, haben mich gedisst und zwei Leute hatten Fake-Accounts und haben mich mit ihren Fake-Accounts verteidigt, also, sie haben mit ihren Fake-Accounts so getan, als wären sie auf meiner Seite, um mir halt ein Gefühl von Sicherheit und Freundschaft zu vermitteln, also, das war systematisch fertig gemacht, man ist auch auf den, äh, TS gekommen zu fünft und, äh, hat, ähm, ja, wollte mich fertig machen, also, man kam, ähm, mit, mit, man wollte nur mit mir reden, hatte aber die Dreißigkeit dann eben halt, wie gesagt, zu fünft zu kommen und man hatte dann so TS-Namen wie Raven Onas, dein Huchensohn, Ari Mainz sind Scheiße und so, und, ähm, ich hab dann, ähm, mir einen von den Leuten geschnappt und hab mit dem dann eine Dreiviertelstunde geredet und hab probiert, was zu klären, mit dem Endergebnis, dass er dann gegangen ist, dass er, also, es hat, das Gespräch war quasi nicht dicht, denn ich hab quasi gegen eine, ähm, gegen die Wand geredet, aber das Endergebnis war, dass er gesagt hat, okay, schon ist Leben noch, aber am nächsten Tag kam er dann halt wieder in den Stream und hat mich weiter gemobbt, also, es gab Situationen, auf die habe ich pissig reagiert, das gebe ich ganz ehrlich zu, wie gesagt, es ist mir auch wichtig, dass ihr wisst, dass ich natürlich nicht alles richtig gemacht habe, ich hab da teilweise die Leute arg beleidigt, aber das ist natürlich aus der Defensive rausgekommen, also, es ist jetzt nicht so, dass ich die von heute auf morgen grundlos beleidigt hätte, sondern meine Beleidigungen kamen immer aus der Defensive heraus, weil ich das natürlich alles nicht verstanden habe und dann gab's, wie gesagt, solche Situationen, wo, ähm, ich dann eine Dreiviertelstunde mit einer, mit einer Person von diesen Leuten geredet habe, um das zu klären, mit dem Endergebnis, dass sie einfach weitergemacht haben, dann wurde ich, wurde mir auch noch gedroht, also, man wollte mich ja sowieso verprügeln und dann hat man mich auch noch mit Anzeigen gedroht, unter anderem wegen Beleidigungen halt, ähm, aber man hatte nicht wirklich vor, mich anzuzeigen, sondern man wollte mit der Tatsache, dass man mir sagt, dass man mich anzeigen will, mich nur auf den TS locken, um sich wieder an mich ranzuschmeißen, also, dieses Mädchen hat mir gedroht und, äh, da sie mich erkannte, wusste sie, okay, wenn ich bedroht werde, äh, und das nicht einsehe, dann suche ich natürlich das Gespräch und das hat sie sich quasi gewünscht, also, ich wurde quasi geschlagen mit dem Hintergedanken, dass ich zu ihr komme, damit sie sich wieder an mich ranzchmeißen kann, was im Endeffekt auch nur nicht war, weil sie wirklich wieder was von mir wollte, sondern sie wollte, äh, sie hatte nur Liebeskummer wegen ihrem Ex-Freund, ich hab ihr erzählt, der hat eine neue, sprich, das mit Amerika und all das, das war, das war nichtig, es, im Endeffekt wollte sie wieder was von ihrem Ex-Freund und ich hab halt drunter leiden müssen, ich, äh, also man, man hat mich quasi, um das jetzt mal plump zu sagen, damit das Video eben halt keine acht Stunden lang geht, hat man mich quasi, ähm, gemobbt, mir gedroht, um, äh, sich abzulenken, damit man sich nicht um den Liebeskummer kümmern muss, ja, also, ihre, ihre Freunde, bekannten, Verwandten, äh, hassen mich, weil sie halt natürlich Sachen aus dem Kontext geschickt hat, also, sprich, es ist was passiert, über eine Woche hinweg, und am Ende der Woche war mein Fass voll, ich hab einmal eine Breitseite gegeben, hab sie beleidigt, und diese Beleidigung hat sie dann ihren Freunden, Verwandten, Bekannten geschickt, ja, also nur diesen, diese, meine Beleidigung, ja, der, sie hat nicht, äh, gesagt, wieso ich sie beleidigt habe, war, also, ich beleidige ihr nicht ohne Grund, sondern, sie hat die bloße Beleidigung weitergeschickt, und hat das quasi alles so, äh, aussehen lassen, als würde ich einfach grundlos so sein, wie ich bin, als sei ich ein Psycho quasi, und, äh, sprich, ihre Mutter wollte mich auch anzeigen, angeblich, ihr Cousin wollte mich verprügeln, ihre Freunde haben mich gemobbt, und, ja, das war quasi so, ähm, das war so meine Zeit, von Mitte Februar bis Ende März, und deswegen ist jetzt auch, sind jetzt auch so lange keine Videos gekommen, und ich habe halt, wie gesagt, überlegt, ob ich, äh, das hochlade, denn, ihr müsst wissen, dass dieser Ex-Freund, äh, ziemlich schlimme Sachen mit ihr gemacht hat, ähm, was ich da auch in dem Video gesagt habe, aber ich schätze, ich sollte es nicht tun, stellt euch einfach das Schlimmste vor, was man mit einer Mensch, mit einem Mensch machen kann, vor allem mit einer Freundin, und, äh, das verstärkt natürlich noch die Absurdität, ja, dass, dass, ähm, jemand, der ihr 500 Mal verziehen hat, ersetzt wurde für einen Menschen, der quasi kriminell ist, so rücken wir jetzt einfach mal ganz diplomatisch aus, ihr Ex-Freund ist ein sehr krimineller und bösartiger Mensch, und für solch einen Mensch wurde ich halt, äh, weggeworfen, und, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt den 15. April, und in den letzten Wochen war es auch, man, man müsste meinen, äh, irgendwann sei dann Ruhe eingekehrt, aber nein, ich hab tatsächlich, äh, bis gestern wurde ich belästigt, also es, es hört halt nicht auf, ich hab teilweise SMS'n gekriegt, wo sie sich entschuldigt hat, WhatsApp-Nachrichten, äh, es wurden sich Twitch-Fake-Accounts gemacht, um wieder das Gespräch mit mir zu suchen, sprich, ich blockiere, ich mache, ich tue, aber man findet immer noch Wege, um mich zu belästigen, ähm, ähm, man hat, ja, auf Internetseiten, quasi kryptische, äh, Sachen gepostet, die nur ich verstehen kann, also man wollte da versuchen, meine Aufmerksamkeit, äh, zu kriegen, und das neueste Ereignis, äh, geschah gestern, und zwar haben sich, äh, zwei von den, keine Ahnung, sechs, sieben, acht behinderten Leuten, halt von den Mobbing-Leuten hingestellt, und haben sich bei mir entschuldigt, aber, ähm, das ist natürlich nicht ich, ne, also das ist keine volle, keine ernste Entschuldigung, das haben die auch nur gemacht, weil ich auf die ganzen SMSen nicht reagiere, also es wird, trotz alledem, trotzdem man gesagt hat, dass ich, dass ich ein Arschloch bin, dass ich sie in Ruhe lassen soll, ähm, dass man mir gedroht hat, äh, so, also das ist so dieser, dieser Zwiespalt, einerseits werde ich fertig gemacht, man, man hat auch zu mir gesagt, dass, dass ich wertlos sei, hat sie mir dann auch noch, in den letzten Wochen gesagt, ich sei wertlos, man könne quasi, eh nur mit mir, oberflächliche Sachen machen, und mich dann wieder wegwerfen, ihr Freund, ihr damalige, damaliger Freund, sei ja viel mehr wert, und so, ich, ich sei nichts wert, so, das muss ich mir einerseits anhören, und andererseits schickt man mir aber die ganze Zeit SMSen, und kryptische Nachrichten, und man schreibt mich überall an, und, ja, mich, mich hat das einfach fertig gemacht, und deswegen habe ich da dieses dreieinhalb stündige Video gemacht, aber, wie gesagt, im Endeffekt habe ich auch nur Nachteile davon, äh, ich habe auch überlegt, das Resident Evil Let's Play zu zensieren, aber, ja, ich, ich, so weit kommt es noch, dass ich meine Let's Plays zensiere, also, ich würde sagen, das, was ich da in dem Let's, in dem Let's Play gesagt habe, das, äh, ja, also, das ist hier auch mit ein Grund, wieso ich jetzt nochmal das Video hier mache, weil ich habe in diesem Let's Play, habe ich ja gut über ihre Freunde geredet, und das Lustige war halt, dass sie mich im Nachhinein fertig gemacht haben, und deswegen war es mir wichtig, dass sie an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass sollte ich in diesem Let's Play irgendwas Positives über irgendjemanden von diesen Leuten gesagt haben, möchte ich das an dieser Stelle zurücknehmen, weil sie mich eben halt im Nachhinein fertig gemacht haben, und diese ganze, Eng, äh, Amerika-Geschichte war quasi auch gelogen, ja, es ist halt so, ja, also, es gab keinen wirklichen Grund, mich von heute auf morgen schlecht zu behandeln, es war halt einfach so, dass wieder gewisse Ex-Freunde einfach mal wichtiger waren, ja, das nun mal so, ähm, von daher, falls sich jemand darüber beschwert, dass ich in dem Let's Play drüber geredet habe, beziehungsweise, dass ich jetzt hier nochmal ein Video gemacht habe, dann, äh, hier, ihr seht den Screenshot, seid euch bewusst, dass ich hätte auch ein 3,5 Stunden Video hochladen können, wo ich alles, ha, klein, auseinandergenommen habe, und das wäre wahrscheinlich, äh, also, falls die Gegenpartei sich jetzt aufregt, das wäre wahrscheinlich nochmal eine Nummer, böser geworden, denn da habe ich mit, äh, ja, Sachen um mich geworfen, die ihr wahrscheinlich nicht passen würden, also, ich habe quasi, schon, ich musste einfach gewisse Sachen ansprechen, um die Absurdität nochmal deutlich zu machen, aber wie gesagt, es geht ja darum, dass das Ganze aufhört, ähm, dass ich damit abschalten kann, und, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da hätte, ähm, es wäre juristisch gesehen, hätte man da vielleicht nichts machen können, aber Fakt ist, es wäre auf jeden Fall wieder irgendwas passiert, und sollte in Zukunft jetzt noch irgendwas passieren, werde ich einfach zur Polizei gehen, es ist halt so, ich habe ja dann echt die Schnauze voll, das ist nochmal so, also sollten jetzt gewisse Leute das hören, sollten sie sich im Klaren sein, dass ich zur Polizei gehen wäre, sollte in Zukunft noch irgendetwas passieren, denn es kann, wie gesagt, nicht sein, dass man mich einerseits im Internet wochenlang mobbt, und mir quasi sagt, dass ich wertlos bin, und mich, mich bedroht, und scheiße über mich erzählt, und andererseits dann aber mir SMSen schickt, von wegen, ich vermisse dich, es tut mir leid, bla 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 bla, und die, das Geilste war ja noch, dass in der SMS stand, ich hätte das ja alles von Anfang an geplant, sie hat den Eindruck, ich hätte das alles so, äh, kommen sehen, mir wäre das recht gewesen, also man unterstellt mir quasi noch, dass ich, ähm, dieses ganze Mobbing, dass, 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 dass ich gemobbt werde, dass ich bedroht werde, dass das alles so kommt, wie es gekommen ist, dass ich das quasi alles geplant hätte, um endlich von ihr wegzukommen, das kommt noch dazu, dass ich trotzdem, als Böser hingestellt werde, das ist einfach nur phänomenal so, ja, ähm, das ist nun mal so, ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, dass ich das jetzt so getan habe, ja, ich hab keinen Bock in Zukunft drüber zu reden, also falls irgendjemand drüber reden mag, oder so, kann ich das gleich bleiben lassen, ich werde nicht weiter drauf eingehen, denn mein nächster Schritt wird tatsächlich, die Polizei sein, also sollte irgendjemand kommentieren, oder meiden, mich nochmal anschreiben zu müssen, von der Gegenfraktion, werde ich zur Polizei gehen, dann hab ich die Schnauze voll, so, Beweise hab ich ja genug, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya.